einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge feed the beast infinity evolved und der dosh ist auch dabei und der street digger und der street digger so und du hast gesagt du hast hier irgendwo nix gefunden minenschacht gell jawohl so ja warte mal erstmal für die zuschauer ne wir haben uns hier ein bisschen ausgebreitet hier ein bisschen krabbel weggemacht hier so ein bisschen klein da hat er unser kleiner maulwurf angefangen da unten zu buddeln ja gut war hier kummer record u ananas cool dies weg ja das ist eine erneuerung bei der es besteht mittlerweile die chance war eine schlechte ernte dass man gar nichts bekommt das ist nicht verkehrt ja ja hier wird er so ein reich aufbauen ich glaube ich irgendwo da oben irgendwo da so da oben haben wir ihr seht schon einen kleinen weg da kommt die schmelze hin aber auch ein bisschen was aufgebaut noch nicht so besonders viel hier ist passt also die die schmelze ist noch nicht fertig übrigens ist hier mal so ein bisschen was ja genau hier noch eine aura note die werde ich mir irgendwann später mal da weg packen ich habe ich habe noch ein flaschen in der tasche das doch raus was denn du den minenschacht gefunden der ist bei mir in der bude quasi bei dir in der bude ja ich habe mich da einfach so straight runtergegraben ok aber einfach mal da rein aber viel ist noch nicht passiert ein paar bäume gehackt und so ein bisschen stein also oh komm mal hier 16 die mache ich noch fertig komm mal hier wenn du noch essen brauchst ich habe noch drei blts und zwei mit fruits zettet habe ich noch ja zwei blts glaube ich reichen jetzt erst mal die machen ja gut satt ne ja die geben sechs köln wieder oh ja einmal jetzt kommt ja ok das geht nicht über den hunger oder was dass der anzeigt suchen wegen ja du kannst du hast dann mehr hunger weniger hunger was hier dieses ja genau er ist ein zu breit so er da da war ich mache 1 3 4 5 12 3 45 ich haben hier gemacht naja das stimmte sind doch mensch so okay nochmal hier 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 und dann ja hier ja ein block ein block fehlt noch dann hätten wir eine schmelze der passt schon morgen können wir später mal irgendwie ausfüllen ja tschuldigung so zeigt mal dingens schacht dann komme er mit in meine bescheidene hütte ja hast du mittlerweile im bett ja ja habe ich wird aber vielleicht noch mal die nacht überspringen wobei das ist eigentlich egal hast du wackeln ich kann ja das wäre super und guck mal hier eine queen und pams auch nicht schlecht auf dem pams pams shrimp hat er schon und slimeballs hat er auch schon ja ja mein gott ich war mal kurz weg dann hat er alles ja vielen dank ja du hast eine matschrüstung angehörte gesagt ja ja ich mag es da geht es runter und dann gleich wird so eine kleine hülle unten sehen und da dann kurz reingehen da ist eine koppelwand wo ich höre aber das ist auch nicht verkehrt ja aber könnte hilfreich sein will es auf jeden fall hier schon ja ich habe dann auch die zigarette ausmachen so da da guck mal gehe auf was sie schick ja geil ja nice wir ja cool gold eigentlich abbauen was sind das uranium Ah, die Lava ist über uns. Ja, super, kann man über dir. Ja, genau. Das ist der Warmeiner. Ich glaube Öl, ne? Ja, ich habe sie auf der anderen Seite gefunden. Das ist Zinn, das ist Alu. Ach, kann ich auch nicht abbauen, Mensch. Guck mal hier, Yellow Ride. Kann ich abbauen, komisch. Okay. Das ist seltsam. Ja, du Reitern aber Stein dafür. Pink... Ja, hat mir gar nichts gesagt. Pink Shimmering Mushroom von Botania. Ne. Oh, oh. Ja, lass mal. Oh, guck mal, Eisen. Noch mehr Eisen. Ich habe irgendwie Angst. Oh, ne, hier tropft nichts durch. Jetzt habe ich gerade irgendwie so ganz Ende dann diese eine Familie Geil vollguckt. Oh, hier ist was Süßes. 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 So, ah, hier kommt schon die Lava durch. Das ist doof. Den kann ich wegnehmen, kann ich den auch noch wegnehmen? Ich glaube schon, ne? Ja. Gut. Dann hätten wir schon mal Yellow Ride. Sehr schön. Der nächste Reaktor ist an mir. Natürlich, ne? Ja, lauf mir durch die Spitze. Ja, klar. Gerne. Ja, hier geht's wahrscheinlich auch weiter. Oder auch nicht. Aber Graviel. Ja. Warte mal kurz. Das kriegen wir doch bestimmt anders hin, oder? Ich mach hier dann mal so ein bisschen den Fackelmann. Was? Ich mach hier dann mal so ein bisschen den Fackelmann. Ach so, okay. So. Ja, ne, hier geht's anscheinend nicht weiter. Ne, hier ist doch wieder Öl. Ach. Mal Öl, das gibt's doch gar nicht. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ja, genau. Oh, ich hab Kohle gefunden. Oh, sehr schön. Ja, cool. Wow. Was denn? Das war's jetzt geil. Weiß ich schon mal hier mit dem... ...Wir müssten quasi in Richtung vom Öl laufen. Hm, toll. Ja, warte mal. Ich mach hier noch ein bisschen Gravel. Und dann können wir das Öl dann verschwinden lassen. Weil ich glaub, jetzt können wir eh noch nichts damit anfangen, gell? Ja, wenn, dann war ich bei der Überlegung wenigstens einen Tank voll zu machen, oder zwei. Oh. Ja, hast du schon das Zeug dafür? Äh, Kupfer und, ähm... Von Glas hier, so ein Portable, meinte ich. Ach so, okay, ja. Wird. Okay, ich hab noch einen Weg gefunden. Ah, ja. Oh, Dens Ohr. Ja, sehr schön. Also Kohle. Das ist nicht scheiße. Ja, dann kommen drei raus. Das ist auch okay. Machen wir hier noch ein bisschen Eisen. Schön. Ja, da könnte was spawnen. Machen wir mal einfach so. Genau. Ich hab heute keine Fackel. Ja, hier ist noch ein bisschen Holz. Das kann man auch mitnehmen. Biss... Ja, aber wohl. Ja, mal gucken. Da warst du auch schon, ne? Da, oh. Da kann aber noch was spawnen hier, Kollege, ne? Wo? Da, wo ich eben ausgefackelt hab. Das ist jetzt sehr schön zu wissen. Ich bin super weiter. Meiner's Delight? Ja, das ist ne Pflanze von Biome Supplenty. Ja. Da kannst du nicht besser, wenn du... Super. Klingt komisch, aber wenn du weit bist bei Biome Supplenty, kannst du damit Ambrosia machen. Ambrosia? Ah, okay. Soll ich komm mal runter zu dir? Jo. Sag mal, äh, du solltest vielleicht mal F7 anlassen. Ja. Das ist egal. Oha. Ne? Komm mal her. Oh. Da ist ein Enderman. Ja, äh, lass den ruhig mal da unten. Wir sind möchte ich mal anschauen. Nein. Bist du sicher? Ich hab bloß maximal Attacke von 100 und... Ne, blä, 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 ja genau. 100, mhm. Mhm. Sofortgeschritten bist du schon. Ja, ja, klar. Mark Honig und so, ne? Ja, ja. Ist klar. Aber auf dem was folgt. Oha, da ist ein Creeper. Der will doch uns stehlen. Ja, ja, klar. Jetzt hin. Uah! Alter! Was ist los? Ich hab eben da hingeguckt, wo er war und dachte, der wär hochgesprungen, stand er links neben mir. Boah. Ne, rechts. Rechts neben mir. War schon krass, eben. Ja, mit irgendeinem Enderman aus meiner TBP-Folge. Hm. Weißt du, äh, was ich meine? Mh, nee. Wolltest du ganz komisch mit dem Lager rumlaufen, weil auf einmal kommt der neben mich, schreit mich dann und haut ab. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Bist du ja auch runter, oder was? Ja, ja, ich bin ne Tasche runter. Ah, okay. Oh, Lapis. Hm. Wow, und Bogenschützer. Geil mit der Bane-Maske. Der ist mir. Hier von Batman, oder? Ja. Boah, geil. Bane. Dohne. Oha. Mit Pfeilen im Rücken, geil. Äh. Ich versuch mal was. Oh, Ruby, Ruby. Enderperle und Enderman Kopf, hab ich's drauf. Alter. Das ist doch nicht verkehrt. Ruby, Ruby. Hi. Uäh. Alter. Du kannst doch hier einen Rubin abbauen, oder? Ja, sicher. Ja, gell? Warte mal. Nee, da ist nichts mehr. Schade. Weißt du, was wir mal machen? Hm? Oh, tschuldigung. Das machen wir nicht. Nee. Das hatten wir nicht vor. Du hast nicht zufälligerweise eine Axt dabei, oder? Doch, tschuldig. Ja, ok. Das hab ich eh. Oh. Äh. Das war nicht so gut. Das reicht schon eigentlich. Machen wir das jetzt einmal so. Ui, schick. Hier, fertig. Danke. Danke, danke, danke. Dann brauch ich das Eisen auch nicht irgendwie. Warte mal, du kommst da hin. Wenn du nochmal brauchst. Moment, ich kann mein Bildschirm wieder aufwecken. Ah, geil. Silber. Obwohl, Silber brauchen wir noch gar nicht, gell? Ja. Du kannst ja auch, äh, 10 kannst du mitmachen, ne? Silber? Ja, sicher. Ok, krass. Wusste ich jetzt noch nicht. Du kannst aber auch die Loreum machen. Wow. Warte mal, das muss ich jetzt, das muss ich mal gucken. Äh, Yale. Hatsache. Cool. Warte mal, was ich jetzt gleich vorhabe. Extra tick. Durability, 600, Raw Speed, Aero Speed, was ist das denn? Helorium, Crossbow, achso Crossbow. Ähm, was haben wir denn hier? Ich mein, Helorium, so ne Spitzhacke auf Obsidian Level, ne? Ja, das... Boah. Das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Wo haben wir ne Spitzhacke da? Das ist ja. Ja, Modifier is the meaning 3, Durability 600. Oh, das läuft. Ja, hier. Hier drüben brennt Öl. Was? Wo? Füsten. Oh, ja. Äh. 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 So. Oh, cool! Wie schlecht. Und hier sind einfach mal zwei Lidlpads. Geil. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich dem nähern möchte. Äh, äh... Ja. Das ist... Ah, aus Galacticraft, okay. Das Kupfer. Das hatte... Mining Level... Redstone. Ja. Ja, wenn du... Ja, siehst du, hätten wir ihn noch einmal mitgenommen, dann hätten wir vielleicht das Wasser nehmen können, um das zu löschen. Hm. Äh. Äh. Alter. Puh, ho, ho, ho. Wow, das geht gut runter. Ja. Oh, Mann. Jetzt ist es wieder da. Was denn? Elektro-Time. Ah. Jetzt hast du dreimal raten, was ich hier konnte ignorieren. Elektro-Time? Oh, ja. Ja. So. Alter, das geht ja bis ganz runter hier. Ja, ja. Spaß. Moin Gott. Naja, wir haben ja wenigstens ein bisschen Licht. Elektro-Time, ja. Ja, da ist nochmal Kupfer. Sehr schön. Nehmen wir doch alles mal mit. Ach, hier ist auch noch eine Wasserquelle. Ich war gerade überlegen. Hä? Bist du blöd? Verkneift ja jeglichen Kommentar. Ja, ich sag gar nichts. Hm. Ah, cool. Ist am Kaufzeug. Ja. Und hier? Hallo. Rotes Gestein, was in die Lava gefallen ist, weil meine nur Tafel war. Weil ich schon... Ja, super. Hast du gut gemacht. Kriegst ein Keks für... Ja. Ich krieg sowieso auch einen Keks von dir. Ja, ich weiß. Mhm. Und du, Pharos. Ich hab Pharos gefunden. Pharos? Pharos. Pharos-Symbol? Ne. Ach, du wieder. Ja. Das war aber auch so genial von meiner Klasse. Wir waren da wirklich so um... Irgendeine Geschichte am... Äh, Geschichte... Sag ich, ich rede hier am Reden. Ja. Und dann kam auf einmal das Wort Pharos-Symbol. Und die ganze Klasse so... Das ist ein Pharos-Symbol. Mhm. Und unser Lehrer war jetzt nur... Hahaha, sehr witzig. Ne, wir wissen uns echt nicht. Der guckt erst mal so an vom Thema. Wollt ihr mich verarschen? Dann fragt er so, wer von euch kann das mal erklären? Keine Sau zeigt auf. Der lacht sich erst mal einen Schlapp bei einer ganzen Klasse von... ...21 Jungs. So weiß keiner, was ein Pharos-Symbol ist. Hm. Und dann... ...einen Penis? Hahaha. Oh mein Gott. Ich glaub besser beschreiben könnte man das nicht. Ne. Und dann auch noch so beschermd raushauen. Ach, na egal. Äh, was sind wir denn? Ah, guck mal hier, Obsidian. Da können wir eh noch nicht abbauen, oder? Sag mal ne... Über die Schmiletten könnte man das hier Dorium schon mal verarbeiten und dann könnten wir's. Ja. Ja. Ja gut, wir brauchen eh erst noch... Also... Hahaha. Was ist los? Ich hab Lava gefunden. Ah. Was bist denn du überhaupt? Ich seh dich schon wieder nicht mehr. Ich bin wieder hochgegangen. Ganz hoch? Nein, nein, nur ein Stückchen. Ah, okay. Ja, hier unten ist jetzt alles abgegrastet, aber... Ah, halt, 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 halt. Ja, das ist das Ding. Ja, das ist das gute Kupfer in der Wand, ne? Ja, ich hab da noch... Ich darf das heute nicht sagen. Was denn? Nein. Hast du ein Follow-Symbol gefunden? Hahaha. Hahaha. Oh, dadurch hat ein Deck des Todes. So... Alter, die Links brennt immer noch. Mhm. Wir müssen aber durch, oder? Um weiterzukommen. Wenn wir das wegmachen können. Wir können jetzt auch mal hier Spinnenfäden und sowas einsammeln. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich weiß. Lass ihn ruhig mal labern, ne? Mhm. Ich lass ihn gleich mal. Ja, danke. Bitte. Das ist ein Typ. So was muss ich mich rumärgern. Der einzig Wahre. Oh, Cinnabar. Cool. Ja. Und was haben wir hier? Led. Und noch ein bisschen Silber. Und zum Glück bin ich dem Yellow White jetzt nicht hinterher gesprungen. Da hättest du mich wirklich von der Lava abkratzen können. Ja. Ach. Aber hier ist noch gar kein Spawner, ne? Juhu. Also ich hab meine ersten Shards. Ja, du weißt ja alle Shards, die ich auch bin, du kriegst mir zugeliefert. Ja, cool. Das ist schön. Ich werde wahrscheinlich eh nicht mit Formcraft arbeiten. Und wenn ich mal was damit machen werde, dann wird bestimmt schon der Kirby stehen. Oh, ein Dense Kohl. Ja, hab ich auch schon gefunden. Oh, Aluminium. Aluminium ist ganz wichtig für, ähm... Connected Craft. Äh, auch, ja. Aber das wird dann eh ein bisschen später kommen. Ne, aber für Form... äh, Soundcraft sag ich schon. Für... Äh, sagst du mir doch, ähm... Tinkers? Ja, Tinkers, genau. Tinkers, äh, Battles und sowas. Wieso brauchen wir dann Alu? Hast du Alu? Oh, warte mal. Mod, Tinkers, Construct. Ähm... Was gibt's denn da? Zeig doch mal her. Was denn? Da. Und, ne, wurden Helmet bestimmt nicht hier. Travelers Wings. Okay, da brauchst du Bronze. Travelers Boots. Da brauchst du schon Aluminium. Ähm, für Travelers West brauchst du auch Aluminium. Und halt noch ein Haufen Leder. Travelers Gloves. Brauchst du Leder. Und Travelers Goggles. Brauchst du Gold. Ähm... Ja, okay. Boah. Das meine ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ja, krass, wie? Ähm, magst du mal zum, zum Stoßen? Vormblick. Wissen. Ich hab dich irgendwo gesehen. Ja. Ah, hallo. Ich glaub ich hab einen kleinen... ne gute und ne schlechte Nachricht. Die gute ist, ich hab ne Truhe gefunden. Okay. Schlechte. Treffen wir mal. Truhe öffnen. Hier die. Welche Truhe? Ich seh da keine. Bei mir ist hier ne Truhe. Mir ist keine. Da ist Stein. Da ist Stein. Da ist... Da ist Stein. Bei mir ist auf jeden Fall... Warte mal. Ne, bei mir wird hier ne Truhe angezeigt und... Warte mal. Ne, ich hab da keine. Ich schick dir mal grad ein Foto auf WhatsApp. Also meine Zuschauer sehen es ja auch gerade. Ja. Und entweder das oder ich bin blind auf beiden Augen. Blind auf beiden Augen. Ja. Kann man blind auf einem Auge sein? Ja, geht. Hm, schade. Ja. So, ich schick dir grad ein Bild auf WhatsApp. Okay, warte mal. Ich gucke mal. Da, Bild. Ja, ein Schwimm, das ist Minecraft. Cool. Ja. Also ich seh da wirklich nichts. Okay. Da ist nichts bei mir. Ja, super. Ne, da ist gar nichts. Hm. Hast du versucht die aufzumachen, ja, ne? Ja, geht nicht. Oh, Vollgas hinter sich, sowas. Schön. Ja. Also wir werden jetzt hier noch ein paar... Oh, da ging der Spitzhacker kaputt. Silikon. Sehr gut. Silikon. So abbauen. Ja, das brauche ich später für Galactic Craft. Wenn ich es jetzt schon finde, dann nehme ich es direkt mit. Ähm, ja. Wir werden jetzt hier noch ein paar Erze farmen und sowas. Und hast nicht gesehen. Und, ja. Da mal gucken. So, dann brauche ich wieder die Spitzhacke. Haha, Mann eh. Und dann mal gucken, wie es dann weiter geht. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.